Hallo, Servus und moin moin liebe Facebook-Fans und Vertriebspartner. Mein Name ist Miasade Ziberi. Ich bin 20 Jahre alt und bin bei der ForFinance als Provisionsfachberaterin in der Provisionsabreichung tätig. Heute zeige ich euch, wie mein Alltag aussieht und in welchen Themengebieten die Provisionsabrechnung und der Kundenservice euch weiterhelfen können. Zu unseren täglichen Tätigkeitsbereichen gehören die schriftliche und telefonische Maklerbetreuung im Bereich Provisionen, die Durchführung der Provisionsabrechnungen und die Verwaltung der Gesellschaftsabrechnungen. Unter anderem sind wir die Schnittstelle zum Vertrieb, der Buchhaltung, der Rechtsabteilung, den Kompetenzzentern und die Fachabteilung bei Provisionsthemen. Kurz gesagt, wir klären all ihre Anfragen zum Thema Provisionen. Kurz zu meiner Person. Als gebürtige Albanerin aus Mazedonien bin ich in der Nähe von Bremen geboren und aufgewachsen und lebe seit 2004 in München. Bei der DPK habe ich meine Lehre zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen absolviert. Was mich bei der ForFinance so fasziniert, ist der Zusammenhalt und der Erfolg der Gruppe, die Karrierechancen und die Weiterbildungsmöglichkeiten. Hier tätig zu sein bedeutet nicht einfach irgendein Mitarbeiter zu sein, nein, man ist Teil eines erfolgreichen und wachsenden Unternehmens. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen, aber ausreichenden Einblick in meinen Alltag gewähren. Vielleicht hören wir uns das nächste Mal auch persönlich am Telefon. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.